Wir machen live die STG auf Gold. Für die letzte Aufgabe, die wir für die STG brauchen, müssen wir 100 Abschüsse in der Bewegung. Aber Jungs, wir dürften fast durch sein. Ich würde es diese Runde unbedingt schaffen. Die Pumps, da könnt ihr mit Gang und Hohe durch die Gegend laufen. Da könnt ihr einfach aus der Hüfte schießen, das ist gar kein Problem. Hier ist es aber so, ihr müsst mit der STG euch bewegen. Ihr müsst, ansonsten kriegt ihr ja zum Beispiel diese Aufgabe auch gar nicht, die hier ist. Die Aufgabe ist ja extra, Kills aus der Bewegung machen. So, haben wir sie oder haben wir sie nicht? Yes! Hype, Jungs! Hä? Hä? Was fehlt denn? Kein Hype. Oh nein. Ihr habt euch auf YouTube gewünscht, dass ihr für jede einzelne Waffe seht, wie wir sie auf Gold machen. Und genau das machen wir. Und bei der STG kann ich nur jedem raten, wenn er sie noch nicht auf Gold hat, dass er sich dieses Klassen-Setup dafür einmal schnell fotografiert. Ich mache euch auch, oder screenshotet, ich mache euch auch die Kamera einmal kurz weg, dass ihr hier seht, was da noch bei ist. Und einschwöre ich euch, wenn die STG auf Gold ist, das nächste, was wir machen, wir machen die erste Shotgun auf Gold. Ich werde mich für diese ganzen Runden, wo ich die Shotgun ins Gesicht bekommen habe, komplett rächen bei denen. Ich glaube, acht Headshots noch und dann haben wir es. Shit! Also das mit dem Schild, vorher war es so, dass du gar nicht geschützt wurdest. Jetzt kannst du einen von hinten nicht mehr töten damit. Der war zu nah dran. Boah, Jungs, das war so... Also, ob verdient oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Aber ich wollte ja aus dem Spawn raus, es ging ja nicht. Es war ja nicht möglich. Ich meine, da sind locker zehn Stück bei mir gespawnt und an mir vorbeigerannt. Wovon ich die Hälfte nicht töten konnte, weil sie ein Schild auf dem Rücken hatten. Komm, Baby. Ich sehe nichts. Shit. Das ist so krank gewesen. Real Talk, das war so krank. Aber es war auch so witzig. Komm. Oh, Jungs, ich brauche noch... Wie viel Weitschüsse? Ich brauche noch Weitschüsse. Ich kriege sie jetzt einfach nicht. Oh. Natalie Cassidy. Klingt wie so ein Pornostar auf Abwägen. Natalie Cassidy. 62 killt schon wieder. Alter, so Nasenbluten, ey. So hart Nasenbluten danach. Oh nein, der blutet. Oh nein, der wird mir weggenommen. Tja, guckt euch mal links unten im Killfeed an. Wie viel Headshots es hier gibt. Das ist doch krank, Leute. Wie viel Headshots die einfach machen. Meinung zur MP40. Am Anfang dachte ich, das wäre die stärkste MP. Und dann habe ich die Typ 100 kennengelernt. Mit dem Gangro Perk. Und seitdem kann ich dir sagen, und den Munitionsaufsatz. Die stärkste MP. 100% die Typ 100. Mobile Deckung. Meinst du, das hilft? Komm, Ferncamper. Nee, Fern. Ey, Jungs, ich mach's. Du musst wirklich direkt am Ende stehen. Und wenn du ganz am Ende stehst, hast du ein bisschen Glück. Wenn du nicht zu nah ran. Oh, diese Shotguns. Oh, diese Shotguns. Was für eine Runde, Alter. Was für eine Runde. Absolut Nasenblumen. Ich habe echt gedacht, ich schaffe sie diesmal. Jungs, kennt ihr irgendeinen, der so spielt wie ich und es bisher nicht hingekriegt hat, eine zu kriegen? Kennt ihr auch nur einen einzigen? Zombination, es ist deprimierend. Absolut heftig. Ja, Puton, okay, aber. Ich könnte auch einfach eine Runde Neffen-Account spielen, eine machen, aber ich will sie fair spielen. Weißt du, wie ich meine? Ich will die fair erspielen. Jungs, wir sind schon wieder seit 7 Stunden am Grinden. Absolut krass. Absolut Ehre. So, wo ist sie? Da. Ernsthaft? 6 Stück noch? Kommt, Leute. 6 Stück, dann ist es endlich geschafft. Dieses Magazin, dieses Magazin, das zweite und Vital als Waffenfähigkeit. Dann hast du Two Shots. Wie viele Operator auf Max, ich guck mal eben, der hier ist voll, der ist 19, den mache ich jetzt kurz voll, der ist voll, der ist voll, der ist fast voll. Ich habe zwei komplett voll, bei dem hier fehlen ein paar Abschüsse und dann ist der dritte voll. Allein die Tatsache, dass man Operator leveln kann, ist super. Das haben sie im BO3 damals schon gehabt und im BO3 war das perfekt. Was ich eh nie verstanden habe, es ist so einfach Content für ein COD zu machen. Und trotzdem haben sie es jahrelang nicht hingekriegt, außer teure Bundles. Das sind zwei, komm Baby, drei, vier, fünf, ne, war zu nah, vier, immer noch vier. Digga, fast der Spawn ist ja wieder der Hammer. Kommt Leute, vier Stück noch. Okay, jetzt werde ich gerade nur getötet. Ich werde die Shotgun auspacken. Ich will die jetzt endlich spielen. Komm Baby. Digga, wo ist, wo ist der denn? Oh, oh mein Gott. Komm. Komm. Kommt. Ah, das vermute ich. Respekt. Au, 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 au. Au. Kommt, da hinten brauche ich den. Du bist zu nah dran. Na, kommt. Oh, es gibt's doch nicht. Okay, das war einer, oder? Yes, Baby. Hype in den Chat. Kommt, Jungs. Yes. Und los geht's. Shotgun time. Gut Tag. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Bis zum mal. Das gefällt mir. Tschü. Vielen Dank.